So, angekommen in der MSV-Arena. Wir sitzen da alle. Kleinen, alle da. MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue. Und Aue ist am Drücken. Da sitzt ein Schalker. Ich habe einen Schalker ausfindig gemacht. Das gibt es doch nicht. Alles leer. Den Cottbus ist alles toll. Voll ist geil. Schönes Stadion. ENDGs HAPPENDEN Schlupfen kurt Entspend Wir würden mit drei Mittelfeld, zwei Stimmen vom Tor stehen, wenn wir mit drei Mittelfeld stehen. Ja, ist schon passiert. Der dritte Kasten Bier. Ich habe gestern zwei verloren.